Heute kommen wir ein paar Bohnen in die Pfanne. Aber zuerst brauchen wir ein Avocado. Diese schneiden in kleine Stücke. Als nächstes etwas Öl in die Pfanne, gefolgt von einer Dose Kidneybohnen. Die Bohnen brutzeln wir schön an. Als nächstes fügen wir einen Löffel Schmacken zu. Und zu guter letzt kommen die Avocado Stücke hin. Bohnen feiner Eugen. Wünsche euch einen Bohnen Appetit. Bohnen Tastik.